So einfach und schnell könnt ihr fluffige Pancakes selber machen und das Ganze ohne viel Schnickschnack. Zuerst werden Milch, Eier, Zucker und Vanilleextrakt in einer Schüssel miteinander verrührt. Jetzt kommen Mehl und Backpulver mit dazu und das Ganze wird auch nochmal schön verrührt. Ihr müsst die Zutaten dafür übrigens nicht sieben und sobald ihr eine richtig schöne homogene Masse habt, kommt noch zerlassene Butter mit dazu. Jetzt die Pancakes in einer beschichteten Pfanne von beiden Seiten ausbacken, sie brauchen ungefähr 1,5 Minuten pro Seite und wenn ihr eine gut beschichtete Pfanne habt, dann braucht ihr kein zusätzliches Fett. Ich lasse sie mir noch mit Haselnusscreme und Schokocreme schmecken und wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch unten in die Kommentare. Falls ihr meine Rezepte nicht verpassen möchtet, dann lasst jetzt auf jeden Fall ein Abo da und seid beim nächsten Video auch wieder mit dabei.